Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich zur sechsten Sitzung der interdisziplinären Ringvorlesung mit dem Titel Hexen, Teufel und Dämonen begrüßen. Mein Name ist Tina Terrar, ich arbeite am Institut für deutsche Philologie des Mittelalters und ich freue mich über die Gelegenheit, nach Jürgen Wolf nun auch noch etwas Mittelalterliches zum Thema beitragen zu können. Ich spreche heute über dämonische Wassergeister und zauberkundige Frauen im Mittelalter und früher Neuzeit, die Dame vom See in Lancelot und Melusine. In meinem Vortrag möchte ich mich heute mit zwei Frauengestalten beschäftigen, die, so wie in der letzten Sitzung die Farmorgan, aus heutiger Perspektive nicht wirkliche Hexen sind. Wenn man aber als germanistischer Medievist mit den Hexen in der frühen Neuzeit konfrontiert wird, denkt man automatisch an diverse Figuren, die in der früheren Literatur präsent sind und die vielleicht so etwas wie eine Vorstufe der eigentlichen echten Hexen darstellen. Sie haben ähnliche, zum Teil identische Eigenschaften und verfügen über Zauberkräfte, die später dann negativ ausgelegt als Straftatbestände definiert werden, wodurch letztendlich, wie wir in den anderen Vorträgen ja schon gehört haben, viel Gewalt, Leid und Tod erwuchs. Bei diesen frühen Frauengestalten, die in der mittelalterlichen Literatur auftreten, sind die Fähigkeiten und Kräfte allerdings meistens noch nicht negativ besetzt, was natürlich auch mit dem Fiktionalitätsstatus der Texte begründet werden kann. Und trotzdem meine ich, dass diese eindeutig negative Konnotation ein späteres Phänomen ist. Jedenfalls tritt es im Hoch- und Spätmittelalter noch nicht so ausgeprägt in Erscheinung. Die literarischen Figuren, denen ich mich heute zuwenden möchte, weisen beide eine gewisse Affinität zum Element des Wassers auf. Die Herrin vom See tritt in der Geschichte von Lancelots Kindheit unvermittelt in Erscheinung, entführt den Jungen in einen See und zieht ihn in eine verzauberte Parallelwelt unter dem Wasser auf. Auch Melusine, die Ahnherrin der Kreuzfahrer-Dynastie Lusignan, ist eine mit Zauberkräften ausgestattete Fee, die ihre Gestalt wandeln und fliegen kann. Auf der Folie hier sehen Sie sie in ihrem Bart vom Nabel herab in einen Drachen oder einen Wurm verwandelt. Beide Frauen stellen ihre übernatürlichen Kräfte in den Dienst des Guten und spielen für den Fortbestand und die Sicherung der Herrschaft eine zentrale Rolle. Ob es sich bei diesen Darstellungen um eine Vorstufe der späteren Hexen handelt, wird zu Fragen sein. Ich möchte jedenfalls den Versuch unternehmen, diese literarischen Darstellungen mit den Merkmalen der frühneuzeitlichen Hexen in Bezug zu setzen und auf diese Weise einen Vergleich zu ermöglichen. Beginnen werde ich mit der Frau vom See und liefere Ihnen zunächst kurz die wichtigsten Informationen zum entsprechenden Werk, dem Prosa Lanzelot, der in vielfacher Hinsicht ein besonderer Text der mittelluchtdeutschen Epik ist. Zunächst ist bemerkenswert, dass der um 1250 entstandene deutsche Prosa Lanzelot der erste deutsche Roman ist, der in Prosa geschrieben wurde, weshalb er auch diesen etwas unschönen Namen trägt. Die Überlieferung setzt ab 1250 ein, die wir heute in sieben deutschsprachigen Handschriften und drei Fragmenten nachweisen können. Im europäischen Vergleich ist es eine verschwindend geringe Menge. Der Stoff über den besten Ritter, der in der Welt lebt, so heißt es in dem Text, war in Europa unglaublich verbreitet. Ausgehend von Chrétien Dutrois, der als Erfinder des Artes Romans im Altfranzösischen gelten kann, erfolgt die Umwandlung des Stoffes im Roman de Saint-Gral des Robert de Boron um 1212, dessen Prosaisierung und zyklische Tendenzen des Perseval-Gral-Stoffes dann auf den sehr umfangreichen Zyklus des Lancelot-et-Pros hinführten, der mit rund 100 französischen Handschriften des 13. bis 15. Jahrhunderts und einer gesamteuropäischen Rezeption von knapp 200 Textzeugen als das wirkungsvollste Romanwerk des Mittelalters überhaupt bezeichnet werden kann. Für das Fortbestehen dieses Publikumerfolges im Druckzeitalter ist dann die Bearbeitung von Thomas Mallory Le Morte d'Artour maßgeblich, wurde posthum gedruckt 1485. Trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund seiner literarhistorischen Sonderstellung spielte also die deutschsprachige Rezeption des Prosa Lancelot eigentlich eine untergeordnete Rolle, ein Phänomen, das Jürgen Wolff in einem Aufsatz unter dem Titel Lancelot kein Held für deutsche Höfe zusammengestellt hat. Anders als vergleichbare höfische Romane ist er Lancelot anonym. Wir kennen also weder Autor noch Auftraggeber und auch die textgenetischen Hintergründe sind nicht eindeutig zu belegen. Seine Vorlage gibt der Dichter allerdings an und behauptet, es sei ein flämisches Buchrelen gewesen. Eine Quellenberufung, die in der Forschung erstens als fiktiv gilt und zweitens grob untertrieben ist, denn der gesamte Lancelot-Gral-Zyklus hat einen Umfang, den man nicht anders als monumental nennen kann. Der Zyklus ist als Triologie angelegt und den epischen Rahmen um das Gesamtwerk zieht die Biografie Lancelots, seine Kindheit, sein Aufstieg zum besten Ritter des Arthushofes und zum Liebhaber der Arthus Gatenginover. Mit dem Gral taucht eine neue geistliche Zielsetzung des Rittertums auf, welcher Lancelot wegen der Sünden des Ehebruchs nicht genügen kann. Die Bewältigung der Gral-Aventüren gelingt erst seinem Sohn Galaat. Der Arthushof versagt aber dieser religiös-asketischen Wendung und geht schließlich an innerer Zerrittung zugrunde, für die der Ehebruch eigentlich nur der Auslöser ist. Die Verstocktheit des ersten Arthus-Ritters Gavan, die skrupellose Gier des illegitimen Arthus-Sohnes Mordred und Arthus selbst führen letztlich den Untergang des Reiches und der Arthus-Ritterkultur herbei. Wir konzentrieren uns nun aber auf einen winzigen Teilbereich aus dieser monumentalen Triologie, nämlich auf Lancelots Kindheit. Als Sohn des König Bahn ist er theoretisch in einer privilegierten Situation, die allerdings eine katastrophale Wendung nimmt, weil der tyrannisch gezeichnete Usurpator Claudas den König aus dem eigenen Land vertreibt und dieser daraufhin vor Unglück stirbt. Die Königin macht sich mit ihrem Baby auf die Suche. Als sie ihren Mann nahe einem See tot findet, übermannt die Trauer sie derart, dass sie Lancelot einen Moment unbeaufsichtigt lässt. In ihrer Verzweiflungsklage wünscht sie laut schreiend den eigenen Tod herbei, verliert den Verstand und fällt in Ohnmacht. Wieder zu sich gekommen, sucht sie ihr Kind. Da sie bei dem Pferd kam, die auf dem Lack waren, verblieben, da sah sie ihren Sohn aus der Wiege gebunden und sah, wo ihn ein Jungfrau hat an ihr Schoß, allnacket und drückte ihn dick an sich, süßiglich zwischen ihr Brust und kusste ihn an seinen Mund und in seinen Augen manniges Stund. Sie enthält nicht Unrecht, wann es war's das schönste Kind, das je kein Mann mit seinen Augen gesagt. Dies war's an einer Morgenstunde, die sehr re kalt war's, als dann war's auch nicht färre auf den Tag. Das brach die Königin zu der Jungfrau, schöne Jungfrau, durch Gott lasst mir das Kind. Wann von diesem Tag, vorwärts steht ihm mannig Armut und mannig Rufe zu habende, weil es gut ein armer Weise ist worden, sie eines Vaters und sie eines großen Gurtes, und alle Freude und alles Gemach hat es verloren. Die Betonung der Kälte soll hier die Ungewöhnlichkeit dessen noch einmal besonders betonen, dass die junge Dame am See vollkommen nackt war, kurz bevor der Morgen graute. Sie hatte das Baby aus der Wiege losgemacht, in der es festgebunden gewesen war, und liebkoste es, womit sie Geschmack bewies, wie der Erzähler ihr zugesteht, da es das schönste Kind gewesen sei, das man jemals auf der Welt gesehen hatte. Interessant finde ich auch die Vorahnung der Königin, dass ihr das Kind genommen werden soll, also lasst mir das Kind, wofür die Situation an sich zunächst ja noch gar keinen Anlass gibt. Ihre Argumentation allerdings ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt überzeugend. Das Kind sei soeben halbweise geworden, und ihm stehe von nun an ausschließlich Armut und Unglück bevor. Doch die Entscheidung der Herren vom See ist gefallen. Was die Königin sprach, die Jungfrau sprach ein Wort nicht. Und da sie sah, dass die Frau zu ihr kam, das tun sie oft mit dem Kinde und ging auf den Lack, und satzte ihr Fuß zusammen und sprang mit dem Kinde hinein. Da die Königin ihr Kind gesach in dem Lack, da fiel sie zur Hand in Unmacht. Und da sie zu ihr selber kam, so entsach sie noch enthort sie ihr Kind. Da macht sie so großen Jammer, dass nie kein Mann mehreren Jammer endürft gesehen. Da wollte sie nachgesprungen sehen in den Lack, wann das sie da knapp hielt mit Gewalt, der mit ihr kommen was, und hätte den König totgelassen auf dem Berg. Und er wohnt wohl, dass sie sich selbst soll töten, von großem Jammer, den sie machte. Also der Knappe hält sie zurück, der den König am Berg zurückgelassen hatte, weil er glaubt, dass sie sich töten möchte. Erst in dem Moment, als die Königin von Anstalten macht, ihr das Kind entwenden zu wollen, geht die Fee mit dem Baby zum See und springt mit zusammengestellten Füßen hinein. Zunächst kann die Königin ihr Kind wohl noch sehen in dem See, doch nach einer erneuten Ohnmacht sind alle Spuren verschwunden und sie macht Anstalten, hinterher zu springen. Hier wird nun der Knappe aktiv und der eben Zeuge der Selbstmordabsichten der Königin geworden war. Er hindert sie daran, ihrem Kind zu folgen. Ganz klar wird hier nicht, ob der Knappe die Absicht der Königin in den See zu springen als Suizidversuch wertet oder ob er sie vom Springen abhalten will, weil sie zuvor um den eigenen Tod gefläht hatte. Insgesamt ist aber in der Szene sehr deutlich, dass die Königin in ihrem Schmerz nicht mehr in der Lage ist, dem Kind gerecht zu werden. Es ist zwar ganz eindeutig eine Kindesentführung, die von der Herrin des Sees vorgenommen wurde, allerdings scheint ihr Motiv ausschließlich der Schutz des Kindes zu sein. So zeigt jedenfalls auch der Handlungsverlauf. Denn auch diese Dame vom See hatte offenbar deutlich die Todesabsichten der Mutter vernommen. Über diese doch relativ lapidare Schilderung der Begebenheiten hinaus holt der Dichter dann aber im nächsten Handlungsstrang ausführlich aus, um die Hintergründe zu erläutern. Und er beginnt damit, indem er erklärt, dass die junge Frau, die Lancelot in den See getragen hatte, eine Fäse. Dies Rede spricht für die, dass die Jungfrau, die Lancelot trug, in den Lack war es ein Feen. Zu denselben Zieten waren alle die Frauen Feen geheißen, die da konnten zaubern und gaukeln. Und der war es in großen Britannien, mehr dann in anderen Landen. Diese Rede sei uns auch, dass sie Knurk kunde der Historien von Britannien und Kraft von den Worten und von den Steinen und von den Krutern. Damit kunden sie sich junglich behalten und schön und reich, wenn sie wollten. Der Erzähler beruft sich in dieser Passage explizit auf seine Quelle, der zufolge die junge Frau eine Fee gewesen sei und distanziert sich hier auch zeitlich von den erzählten Geschehnissen. Zur damaligen Zeit hätte man Feen diejenigen Frauen genannt, die Zaubern und Gaukeleien beherrschten. Was hier in erster Linie als Betrügereien durch Vorspielung von falschen Tatsachen, also Blendwerk, zu verstehen ist. Optische Täuschung mithilfe von Zauberei. Und mit genau so einer Täuschung schützt die Fee ihr Reich, aber dazu gleich noch mehr. Diese Frauen sind zudem mit besonderen Kenntnissen bewandert. Und zwar kennen sie die Historien von Britannien, also die Geschichte, wie auch die Geschichten des Landes. Sie wissen um die Kraft der Worte, was wahrscheinlich auf Zaubersprüche und Beschwörungspraktiken anspielt, die auf die magische Kraft des Wortes beruhen. Und zuletzt können sie sich, wenn sie wollen, diejenigen Wünsche erfüllen, die sie mit der überwiegenden Mehrheit der Menschheit teilen, nämlich die ewige Jugend, Schönheit und Reichtum. Der Erzähler greift nun noch weiter zurück, um zu erläutern, woher die Dame die entsprechenden Fähigkeiten hatte erlernen können. Dies sei nämlich alles zu Zeiten Merlins gewesen, der mit den Propheten vergleichbar sei und der die Königinnen von England so sehr geliebt habe, dass er ihnen half, viele glanzvolle Dinge zu vollbringen. Wann der selbstböse Geist ging so lange um sie mit diesen bösen Listen, dass er Merlin an der Jungfrauen gewann, als es Gott wollte. Es folgte in einem weiteren Rückgriff nun noch die Zeugungsgeschichte Merlins, dessen Vater der böse Geist gewesen war. Allerdings nur, und auch hier erinnere ich an die letzte Sitzung von Jürgen Wolf und den Bericht über die Erschaffung des Teufels durch Gott, auch die Zeugung Merlins durch den bösen Geist hatte nur deshalb stattfinden können, weil Gott das zuließ. Nachdem nun klar ist, dass Merlin seine übernatürlichen Fähigkeiten, seine übernatürlichen Herkunft verdankt, berichtet der Erzähler, wie die junge Dame diese Fähigkeiten von ihm hatte erlernen können. Und auch hier wird erst in typischer Manier einiger dieser französischer Eben, hier wird erst ihr Name nachgereicht. Was war das in der Mark von Schottenland und von Irland willend, wohnt ein gar schon Jungfrau. Die war es einst Wawasurs Tochter, der nicht riechern was, und er hätt gut inwendig Britannien, und die Jungfrau und ihr Vater wohnten gern da, und die Jungfrau was geheißen Nin-Yen. Die Tochter eines einfachen und armen Ritters also, der etwas Land im Inneren der Britannien besaß, bringt Merlin, der sich in sie verliebt, so um den Verstand, dass er für sie alles bereit ist zu tun, und eines Tages bittet sie ihn um Unterweisung in seinen Künsten. So bitte ich euch, sprach sie, wie man allerhand schloss, entschließ und beschließ mit Worten, dass niemand daraus möge kommen, dann mit meinem Willen, und dass ich möge tun, was ich wolle, mit beschwören und mit Gaukel. Warum, sprach Merlin, wollt ihr das können? Also fragt er sie's, und er wußt doch wohl, was sie's wollt, und er lehret sie's allzerhand. Und alles, dass er sie lehret, an einen Brief, so viel erlehrt er sie, dass sie alles das täht, das sie wollt. Auch in was kein Ding in der Welt, das sie haben wollt, sie hätt es. Es wäre Riechtum oder ander Ding, welches sie wollt, und dies, was dieselbe Jungfrau, die Lancelot, trug in den Lack. Die Stelle mit dem Brief ist ein kleines bisschen unklar, und da fehlt auch ein Stück, man übersetzt, oder versteht es so, dass sie alles, was sie gelernt hat, aufschrieb in einem Brief. Die Szene ist eine Kombination aus zwei Blankoversprechen. Zunächst hatte Nien Yen Merlin darum gebeten, sie alles zu lernen, was sie ihn fragen würde, und das hat er bejaht. Nun bittet sie ihn, sie zu lernen, dass sie alles tun könne, was sie wolle, wobei sie noch besondere Schwerpunkte setzt. Sie will garantieren, dass sie Macht darüber hat, bestimmte Menschen einzuschließen und gefangen zu halten, indem sie mit Worten Schlösser zu verschließen lernt. Dazu kommt der Wunsch, sich mit Beschwörungen und Gaukelei, also Zauberei oder Blendwerk, die Möglichkeit zu verschaffen, sich selbst sämtliche Wünsche zu erfüllen, von denen als einziger der Reichtum näher spezifiziert wird. Also ein eindeutiger Hinweis auf die christliche Sünde der Avaritia, der Habgier. Und nicht nur das, mit diesen Fähigkeiten stellt sie sich theoretisch auf eine Ebene mit Gott und macht sich demnach auch der Hybris schuldig. Aber dieses Problem wird hier nicht thematisiert. Überhaupt berichtet der Erzähler über diese unwahrscheinlichen Dinge ganz lakonisch. Die daraus resultierende Omnipotenz dieser Frau ist im Rahmen einer fiktiven Geschichte aus lang vergangenen Zeiten schließlich ja auch nicht mehr als eine wunderbare Fantasie, ganz im Gegensatz zu den realhistorischen Fällen, die meine Vorrednerinnen und Vorredner im Rahmen dieser Vorlesung bereits präsentiert haben. Und hier ist wahrscheinlich auch die größte Differenz auszumachen. Sofern all dies fiktiv bleibt, stellt es keinerlei Gefahr dar. Sofern solche Kräfte und Fähigkeiten aber als real angenommen werden, müssen sie eine erhebliche Bedrohung dargestellt haben, die es zu verteufeln und zu bekämpfen galt. Wir bleiben aber noch einen Moment bei der fiktiven Dame vom See und sehen uns eine letzte Textstelle an, in welcher dann die Szene rund um die Entführung Lancelots aufgeklärt wird. Zunächst wird dem Leser versichert, dass die Dame Lancelot in jeglicher Hinsicht standesgemäß erzog. Mit Bediensteten und Armen, später auch mit Hilfe eines Mönches, der ihn Lesen, Schreiben und höfisches Verhalten lehrte. Anschließend erläutert der Erzähler, was es mit dem Leben im See eigentlich auf sich hat. Die Frau, die ihn zog, die entwohnte nirgendwann in einem großen, tiefen Walde. Und da lag da, die Jungfrau insprang mit dem Kinde, in was nichts anderes dann gaukelig. Also geblendet, Blendwerk, Zauberei. An derselben Stadt, da man wohnte, daß der Lachstund, also wo man glaubte, dass der See läge, hätte die Jungfrau Mannig schön hustern. Und alle die Welt hätt wohl geschworen, es wär ein Meer groß und tief. Und daneben lief ein kleiner River, also kleiner Bach, der trug manchen edlen Fisch. Der Jungfrauenwohnung war so bedeckt mit dem Lack. Wann es all die Welt durcht, es wäre ein Tiefmeer, das niemand so listig was, der kein Huster finden mocht, dann Merlin allein. Es handelt sich demnach also um eine optische Täuschung. Die Dame wohnt nirgendwo anders als in einem großen, tiefen Wald, in dem sie viele schöne Häuser an einem Bachlauf entlang erbaut hat. Und der See ist nichts anderes als vorgespiegelt, also gaukelig. Betrug oder Blendwerk, eine Sinnestäuschung, die durch Zauber hervorgerufen wird. Und niemand außer Merlin ist so listig, also so kunstreich und gebildet, dass er in der Lage ist, diese optische Täuschung zu durchschauen. Und so glauben alle Menschen, es sei ein tiefes Meer. In dieser Umgebung mangelt es Lancelot also an nichts. Und er ist noch nicht einmal einsam, denn ein ähnliches Schicksal bringt später seine Vättern Bohort und Lionel in die gleiche Situation, die dann ebenfalls ins Reich der Herren vom See gebracht werden und dort gemeinsam mit Lancelot aufgezogen werden. Politisch ist die ganze Aktion von immenser Wichtigkeit, denn auf diese Weise werden die rechtmäßigen Thronerben in Sicherheit standesgemäß erzogen und erscheinen erst dann wieder in der realen Welt, als sie alt genug und körperlich wie geistig in der Lage sind, den Usurpator Klaudas zu liquidieren und die rechtmäßige Herrschaft im Land wieder zu übernehmen. Auf diese Weise sichert die Herrin vom See den Fortbestand der Dynastie und erweist dem geknechteten Volk einen großen Dienst. Die Fähigkeiten, derer sie sich hierzu bemächtigt, kennzeichnen sie aber eindeutig als Fee und nicht so sehr als Nixe, also das wäre ein weiblicher Wassergeist, wie man zunächst vermuten könnte. Und bei der Gelegenheit möchte ich einen kleinen Exkurs zur Definition dieser Wesen versuchen, für die ich mich vor allem auf das Lexikon des deutschen Aberglaubens zu den Lammata Wassergeist und Fee stütze. Das ist zwar etwas alt und bietet aber einfach in diesen Fällen einfach noch die aktuell besten Definitionen und Belegstellen vor allem. Die männlichen Wassergeister werden den Menschen gegenüber vor allem als feindlich gesinnt dargestellt. Und auch Nixen töten Menschen und fressen Kinder. Sie kennen alle ja auch die antiken Vorbilder, die Nymphen, die Nayaden, die Nereiden, dann die Sirenen und etwa später auch die Lorelei, die sämtlich wenigstens ambivalent, wenn nicht gar gefährlich und todbringend für den Menschen sind. Weibliche Wassergeister können aber auch aus Liebe heraus Ehen mit Menschen eingehen. Seit dem 6. Jahrhundert nach Christus wird ihnen oftmals der berühmte Unterleib eines Fisches oder einer Schlange nachgesagt, wobei sie im Umgang mit Menschen aber auch selbst eine vollkommene menschliche Gestalt annehmen können und diese allerdings oft nur temporär, also nur zur Mittagsstunde oder alle sieben Tage. Sie wohnen in Quellen, Brunnen und Wasserlöchern, oder in Sümpfen, Bächen und Flüssen. Wahrscheinlich, weil Kinder eben oft tatsächlich im Wasser verunglückten, wird ihnen nachgesagt, sie raubten Kinder oder tauschten sie aus, besonders dann, wenn die Mütter nicht auf sie achteten. Im Gegensatz zu diesem ambivalenten Charakter werden Feen hingegen meist als ausschließlich gut dargestellt, wobei diese Definition auch nur unter Vorbehalt auf die frühen mittelalterlichen Darstellungen bezogen werden kann, die ja überwiegend durch eine gewisse Unchristlichkeit gekennzeichnet und allein deshalb später dann höchster Skepsis ausgesetzt sind. Feen besitzen übernatürliche Fähigkeiten und stellen diese oftmals in den Dienst der Menschen. Die berühmtesten Feen sind laut Friedrich Panzer im Lexikon des deutschen Aberglaubens nun auch genau die drei, die Jürgen Wolf und ich herausgesucht haben, also die Farmorgan oder Morgaine, Daninien, also die Dame vom See, auch Viviane genannt, sowie Melusine. Über die Fee im Allgemeinen heißt es, dass sie von ihrer Gesamtanlage her gut seien und ihnen böse Taten nur als Taten berechtigter Vergeltung für menschliches Unrecht oder Undank nachgesagt werden. Aus diesem Grund kann die Fee auch niemals zur Hexe werden, die nämlich eigentlich gegenläufig zur Fee in früherer Zeit als rein negativ gesehen wird. Deren Charaktereigenschaften sich aber im Laufe der Rezeption dann auch wiederum mehr und mehr zum Guten hinwenden. Also es wechselt ziemlich stark. Bis in die Neuzeit hinein meine ich das jetzt. Die Feen jedenfalls sind gute überirdische Wesen, sofern sie nicht aufgrund ihrer der göttlichen Natur zu widerlaufenden Kräfte verdammt werden. Gute Wesen, die dann meist vom Menschen enttäuscht in die unbekannte Parallelwelt entweichen, aus der sie einst auch kamen. In einer Parallelwelt, die den Menschen nicht zugänglich ist, lebt die Dame vom See definitiv und aufgrund des Motivs vom Kindraub oder Kindmord sind nicht nur Assoziationen zum bösartigen Wassergeist, sondern ebenfalls zur Hexe oder zum Dämon gegeben. Dies bleibt allerdings nur der erste Eindruck, den der Dichter des Prosa-Lanzelot dann mit Hilfe eines auktorialen Erzählers revidiert, indem er die ganze Vorgeschichte nachliefert und ausführlich über die Eigenschaften der Frau vom See aufklärt. Demnach ist sie von ihrer Herkunft her eigentlich normal menschlich, hat aber von Merlin überirdische Fähigkeiten gelernt, die sie nun eindeutig im positiven Sinne der Menschheit zugutkommen lässt, in dem sie politisch geschickt agiert und die drei rechtmäßigen Thronfolger Lanzelot, Bohort und Lionel so lange vor dem Tyrannen Klaudas beschützt und ritterlich erzieht, bis sie die rechtmäßige Herrschaft übernehmen und somit für Frieden und Gerechtigkeit im Land sorgen können. Mein zweites Beispiel, das ich Ihnen heute vorführen möchte, lässt sich dagegen eindeutig als eine Mischung aus Fee und Nixe identifizieren. Die schöne Melusine, die wie die Frau vom See über einige Eigenschaften verfügt, die später dann den Hexen zugeschrieben wurden. Und so beginnt die Geschichte. Das abenteuerliche Buch beweiset uns von einer Frauen genannt Melusina, die do ein Meervalm und dazu eine geborene Königin und aus dem Berg Avalon kommen ist, derselbe Berg liegt in Frankreich und wart dies mehrfahm alle Samstag vom Nabel hinunter ein großer langer Wurm. Dann sie ein halb Gespenste war's. Es seien auch von ihr kommen gar große mächtige Geschlecht, von Königin und Fürsten, Grafen, freien Rittern und Knecht. Der aller Nachkommen noch heut den Tag König, Fürst, Graf, freie Ritter und Knecht Ernahmt seint. Dabei man wohl prüfen mag und verstehen, dass dies Materie durch ihre Expergenz beweist, dass die Historie wahr und gerecht an ihr selbst also ist. Wir sehen also, es ist ein starker Wahrheitsanspruch hier vorhanden und zugleich kommt schon auch gleich der Terminus Gespenst mit ins Spiel. In seiner Verzweiflung trifft Raimund, der bei einem Jagdunfall versehentlich seinen Herrn getötet hatte, die Fee Melusine und sie rettet ihn, indem sie das Verbrechen deckt, ihn heiratet und seine sozial gefährdete Existenz damit auf eine sichere Grundlage stellt. Die Hochzeit mit der finanziell und sozial gut aufgestellten Melusine dient Raimund als standesmäßiger Aufstieg und er ist mit der Ehe all seiner Sorgen entledigt, denn Melusine baut verschiedene Schlösser und Häuser und gebiert ihm zehn Söhne, die sich im Kampf gegen die Heiden als Werkzeuge Gottes erweisen und teils Könige über die von den Ungläubigen bedrohten Gebiete werden Raimund und Melusine gründen also eine große und mächtige Dynastie die später von dem berühmten Kreuzfahrergeschlecht Lusignan auch real historisch als Herkunftsfamilie in Anspruch genommen wird und noch bis weit ins 15. Jahrhundert führen verschiedene europäische Adelsgeschlechter also das sind die Grafen von Montfort zum Beispiel und auch die Nachfahren von Lusignan ihre Herkunft auf die Ahnherrin Melusine zurück Seine Rettung in Gestalt der Wasserfee Melusine trifft Raimund typischerweise an einer Quelle das ist hier dieses kleine viereckige Kästchen unten rechts und die Ehe unterliegt einem Eid den der Hilfsbedürftige zu leisten gezwungen wird er darf sie samstags niemals besuchen darf weder nach ihr fragen noch nach ihr forschen und muss sie alleine lassen hier zeigt sich das literarische Schema der gestörten Martenehe also der Ehe zwischen einem Menschen und einem überirdischen Wesen die über kurz oder lang einer Störung unterliegen wird und so geschieht es auch hier zwar funktioniert lange alles gut die zehn Söhne sind geboren die Häuser und Schlösser erbaut da kommt aber menschliches Misstrauen und Missgunst in Person von Raimunds Bruder ins Spiel damit der samstäglichen Heimlichkeit seiner Schwägerin nicht zurechtkommt und ihr Unzucht unterstellt er setzt an dem Punkt an dass Melusine für sich selbst alleine Zeit verbringt und ihm als Besucher keine Ehre erweist was Raimund noch herunterspielen will bis ihm der Bruder eröffnet dass das ganze Land bereits darüber rede lieber Bruder ich besorge ihr seid bezaubert und das ist ein ganz Land mehr und spricht männlich ihr seid nicht wohl bedacht dass sie nicht noch getürnt über dem gemahlen nachfragen wo sie oder wie sie sich halte an dem Samstag und es ist ein fremde Sach dass ihr nicht sünd wissen was ihr Gewerb tun oder ihr lassen sei und ich muss es euch sagen ihr habt sein große Unehre und viel Nachrede dann etliche meinen sie treibt Büberei also Unzucht und habe andere Leute lieber dann euch etliche sprechen es sei ein Gespenst oder ein Ungeheuer Wesen um sie in diesem Sinne vom Bruder beeinflusst lässt sich Raimund dazu hinreißen den Schwur zu brechen forscht zum verbotenen Zeitpunkt nach seiner Frau und entdeckt ihr Geheimnis Raimund sah nun durch das Loch hinein und sah sein Weib und Gemahl in einem Bad Nacket saß und sie warst von dem Nabel auf aus dermaßen und unaussprechlich ein schön weiblich Pilde vom Leib und von Angesicht unsäglich schön aber von dem Nabel hinab du warst sie ein großer langer feindlicher und ungeheuer Wurmesschwanz von blauer Lasur mit weißer silberen Farbe und und darunter silberen Tropflin gesprengt untereinander als kleine silbrige Tröpfchen auf diesem Schwanz auf diesem blauschimmernden Schwanz versprengt als dann ein Schlang gemeiniglich Gestalt ist Raimund durch diese kreuzliche und fremde Geschöpf an seinem Gemahl gesahe Jeden Samstag verwandelt sie sich vom Nabel abwärts in einen Wurm eine Schlange oder einen Drachen und wie sich angesichts des gebrochenen Schwurs herausstellt ist sie in dieser gewandelten Gestalt auch in der Lage zu fliegen dort hielt sie vor ihnen allen einen Sprung und sprang gegen einem Fenster und schoss also zu dem Fenster aus und was das stund eins Augenblick unter den Gürtel wiederum ein feindlich ungeheuer langer Wurm worden dass sie sich alle sehr wunderten da niemand unter ihnen allen sie vormals also gesehen hätte dann allein Raimund Melusina schoss durch die Luft schnell und umfuhr das Schloss drei Stunden und ließ zu jedem Mal einen großen Schrei gar zumal erbärmlichen und schoss also durch die Luft hin schnell dass von Stund an danach alles Volk noch niemand mehr sie gesehen mochte sie stürzt sich aus dem Fenster und der Fluch der auf ihr lastet muss sich erneut erfüllen sie muss ihren Mann und ihre Kinder verlassen was was als sehr schmerzhaft und traurig dargestellt wird denn erstens lieben sich Raimund und Melusine wirklich aufrichtig zweitens sind die jüngsten Söhne noch Säugnige nicht nur weil ihr das Herz sonst bräche sondern weil sie auch ihrer Verantwortung als Stammmutter der Dynastie weiter nachkommen will erscheint sie heimlich nachts um die Babys wenigstens noch zu stillen ihre aktive über dem von ihr selbst erbauten berühmten Schloss Lusignan wenn der Herrscher des Hauses stirbt und durch einen neuen ersetzt wird ihr dreimaliges Umkreisen des Schlosses in der Luft zeigt den Wechsel des Herrschers an und dient den Menschen rund um das Schloss demnach als Prophezeiung auch in dieser Geschichte werden die Herkunft und die Umstände des Fluches der eigentlich tatsächlich auf ihr verlastet vom Erzähler erst nachträglich berichtet und für unseren Zusammenhang ist die lange und komplizierte Geschichte insofern von Interesse als sie ebenfalls mit Avalon zu tun hat der Insel also der die Farmorgann bei Hartmann von Aue entstammt und die offenbar als Heimat der Feen schlechthin verstanden werden muss in diesem Fall ist aber von keiner Insel die Rede sondern vom Berg Avalon in Frankreich in welchem Melusines Vater eingeschlossen worden war und zwar aufgrund eines Sexualdelikts das er an der Mutter verübt hatte Melusine und ihre beiden Schwestern hatten die Mutter am Vater gerecht waren dabei aber aus Sicht der Mutter zu drastisch vorgegangen denn der Vater war in seinem Gefängnis schlicht verhungert wiederum aus Rache für die zu harte Strafe hatte die Mutter jede ihrer Töchter nun mit einem Fluch belegt und denjenigen der Melusine hatte ich im Rahmen der Handlung ja eben beschrieben die Flüche der anderen Schwestern sind auch hoch interessant aber das führt uns jetzt zu weit wir sehen jedenfalls dass hier neben dem Motiv der gestörten Martenehe also eine Ehe zwischen einem Mann und einem übernatürlichen Wesen die immer irgendwie missglückt ganz deutlich auch eine Erlösungsbedürftigkeit steht die dann auch politisch motiviert auf das von den Heiden beherrschte Jerusalem übertragen wird dass man nach dem Fall von Konstantinopel also genau zur Entstehungszeit der deutschen Übersetzung dieser Erzählung wieder versuchte mit einem Kreuzzug zu befreien die Bewegung verlief zwar im Sand aber den politischen Interessenshorizont in den die Erzählung passgenau eingefügt wird und auf den ich hier auch leider nicht näher eingehen kann möchte ich aber wenigstens kurz erwähnt haben auch dieses Werk dessen Stoffgeschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht ist eine Übersetzung aus dem Französischen hier liegt der Versroman von Ringolting 1454 1454 also ein Jahr nach dem Fall von Konstantinopel ins Deutsche übertrug er tat dies im Auftrag des Markgrafen Rudolf von Hachberg Röteln der enge Verbindungen zu Philipp dem Guten von Burgund pflegte und direkt in dessen Kreuzzugs Bestrebungen involviert war Die Deutsche Melosine wurde in heute noch 17 erhaltenen Handschriften abgeschrieben und bis ins 16. Jahrhundert 30 Mal im Druck aufgelegt kann also auch auf eine breite Überlieferung zurückblicken und hat wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der schönen Bilder einen großen Erfolg bis in die Neuzeit hinein zu verzeichnen gehabt Ich komme zum Schluss und ziehe ein kurzes Fazit Ein wesentliches Merkmal der Melosine Bearbeitung Thürings von Ringolting ist die starke Zurücknahme der Zauberkräfte die nun sämtlich nur mit Gottes Hilfe Wirkung erlangen und auch die Protagonistin selbst wird fast schon übertrieben fromm und gottgefällig dargestellt Sie entspricht jedenfalls ganz dem Bild der guten Fee die den Menschen ihre übernatürlichen Kräfte im positiven Sinne zur Verfügung stellt sich dann entfliehen wo sie so lange unsterblich wandelt bis sie eines Tages erlöst werden kann Dieses Bild bietet sich allerdings nur dem Leser der vom auktorialen Erzähler in sämtliche Hintergründe und Handlungsmotive eingeführt wird und somit vollständig informiert ist Die handelnden Personen allen voran der Bruder des Ehemanns und der Ehemann selbst werden aber sehr deutlich in ihrer Unwissenheit und in der großen Verunsicherung dargestellt welche die übernatürlichen Kräfte und das Geheimnis um das samstägliche Sichtverbot nach sich ziehen Man weiß nicht was diese Frau da tut Andererseits vollbringt sie mit den Schlösser und Burgen Bauten geradezu Übermenschliches Also da wird etwa eine Burg innerhalb von einer Nacht errichtet und ihre Söhne tragen allesamt auch körperliche Male die auf etwas Ungewöhnliches hinweisen Die übliche menschlich emotionale Reaktion auf ein solches Unwissen ist Misstrauen und Angst die hier dann in den Verdacht der Unzucht umschlägt der sich im Gerede am Hof dann bald in eine vermeintliche Tatsache und somit dann zur ungerechten Anklage verwandelt In diesem Punkt entspricht die Entwicklung der Anklage gegen die Person ziemlich genau denjenigen Vorgängen denen die frühneuzeitlichen Hexen ausgesetzt waren Melusine ähnelt ihn zudem in ihrer Fähigkeit fliegen und die Gestalt wandeln zu können und sie tötet sogar eines ihrer Kinder insofern wäre hier auch das Infantizidium zu verbuchen aber es passt nicht hundertprozentig weil dieser Sohn sich der mütterlichen Prophezeiung gemäß schreckliche Verbrechen zu Schulden kommen lassen wird daher ist also im Rahmen dieser Erzählung diese Tötung gerechtfertigt da sowohl Melusine als auch die Herrin vom See ihre magischen Fähigkeiten nur in ausweglosen Situationen zum Schaden anderer Menschen einsetzen liegt hier auch eine Parallele zu Medea vor die Frau Siebenpfeifer uns ja unter diesem Aspekt vorgestellt hat Giftmischerei und sonstiger Schadenszauber bleibt allerdings sowohl im Lancelot als auch in der Melusine Geschichte eine Leerstelle Die deutlichste Parallele sehe ich persönlich in der Art der Anklage die diese Frauen trifft die über unerklärliche Eigenschaften verfügen und die mit den tatsächlichen Hintergründen dann aber rein gar nichts mehr zu tun hat Von den Hexen wie wir sie in dieser Vorlesung bisher kennengelernt haben unterscheidet die beiden aber über ihre eigentlich guten Eigenschaften hinaus auch ihr fiktionaler Status in welchen zwei Dinge für ihre weitere Bewertung dann maßgeblich sind erstens bleiben sie ungefährlich weil sie nicht wirklich in der Realität zu verorten sind und zweitens lassen sich in der literarisch fiktionalen Darstellung die Hintergründe und die wahren und hier auch positiven Motive darstellen sodass eine Verteufelung zunächst einmal nicht notwendig erscheint und dennoch ist sie in der späteren Rezeption der Melosine Geschichte eingetreten wie das Katrin dritten was in einem Aufsatz dargestellt hat eindeutige Hinweise auf den Teufelspakt sind Melosines Wissen über die Zukunft also ihre Prophezeiung und ihr Wissen um Verborgenes und der sexuelle Reiz dieser überaus schönen Fee und wie schon erwähnt Gestaltwandel und Fähigkeit des Fliegens aber auch der unermessliche Reichtum Paracelsus nennt Melosine in einem Satz mit allen diesen Frauen und Hexen Fischert bezeichnet sie als eine von Lucifers Larven und finstern Geistern und Ulrich Molitor der Verfasser des berühmten Hexenhammers nennt sie Melosina Incuba und klassifiziert sie damit eindeutig als Dämonin die auf irgendeine Weise mit dem Teufel in Verbindung zu bringen ist Darin wird ersichtlich dass sie sich als Folie für diese Verteufelungstendenzen eignet und einige Angriffsflächen bietet Mit derjenigen Figur die Thüring von Ringolting in seinem Roman dargestellt hat hat es allerdings nur noch sehr wenig zu tun Man muss aus heutiger Perspektive dann auch berücksichtigen dass es bei all diesen Figuren Überschneidungen gibt die sich später dann auch im Bild der Hexe niedergeschlagen haben aber Melusine und die Herren vom See sind doch wohl eher einem anderen Typus zuzuordnen nämlich demjenigen der guten Fee die aber das Potenzial der Verteufelung deutlich in sich trägt je nach Zeitgeist der entsprechenden Rezeption und wie sie hier sehen stellt man sich Melusine in der Neuzeit dann auch wieder ganz harmlos vor Intradiegetisch erscheinen ihre Taten jedenfalls nur denjenigen Menschen als vom Teufel beeinflusst und bemächtigt die unwissend sind und ihre wahren Motive nicht kennen mit diesem schönen Bild von einer Werbung von Liebigs Company Fleisch Extrakt wo Melusine die Kreuzfahrer als Geist überschwebt möchte ich für ihre Aufmerksamkeit danken und sie noch auf die nächsten beiden Folien verweisen wo ich ihnen weiterführende Literatur und Quellen zusammengestellt habe und sie noch auf die Vielen Dank.